Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part 4. Raiden einen Mention. Wir sind hier im East und ich habe mir hier mein Respawn Point gesetzt. Ja, müsste ich eigentlich, aber zur Sicherheit baue ich das Pad nochmal ab und setze es erneut. Wir sind hier und hier ist sogar ein Outpost in der Nähe. Ich würde sagen, wir bullen uns einfach rein, ich hätte mir eine Axt craften sollen tatsächlich. Aber nein, da habe ich keine Lust jetzt drauf erst mal. Ich buddel mich hier rein. So, nach Hause gehe ich dann Off Cam und ich würde sagen, wir bauen uns von unten nach oben durch, möglichst ohne die Creeper aufzuwecken und wir spielen jetzt auch ein bisschen erstmal ohne Shader. Äh, so. Das heißt im Klartext, äh, primär Hackeln vielleicht, statt dem Totem of Undying. Knochen, Knochen, Schallplatte, Kohle, Sortenflash kann ich gebrauchen, Redstone brauche ich, Brot, Mäh, Name Tag brauche ich. Chess nehme ich auch mit. Chess nehme ich auch mit. Chess nehme ich auch mit. Warum? Weil dann muss ich die nicht selber craften. Da bin ich tatsächlich viel zu vorfüllen. Da habe ich tatsächlich null Bock. Ach ja, und hier geht es ja natürlich nicht weiter. So, äh, Feuerzeug habe ich natürlich nicht mitgenommen. Ach, dann craften wir jetzt irgendwann eben ein neues. So, ähm, habe ich irgendwelche Blöcke? Ne, habe ich nicht. Dann mache ich einfach mal den hier. Ich baue das hier ab. Dann weiß ich auch, dass ich hier war. Und die Blöcke kann ich dann unterweitig benutzen. Was haben wir denn hier für Blöcke? Ist das Fichte? Ne, das ist Schwarzheiche. Äh, so. Ach, Mist. Ich hätte mir echt eine, äh, Axtcraften sollen. Bin halt so vorbereitet wie eh und jene. Nämlich gar nicht. Portal habe ich auch keins. Aber nicht so wichtig. So, ähm, hier war ich ja jetzt. Das ist die oberste Ebene, würde ich sagen. Gehen wir mal ein Stückchen noch runter. Da war es G, to the lid. Och nein! Oh, nein, 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 nein. Oh, Bücherregale. Ich hätte das, äh, Dings mitnehmen sollen. Ah, ich komme nochmal wieder, aber das mache ich auf Camp. Hm. Ich komme aber nur wieder, um die, äh, Dings zu... Die, ähm... Ey! Du verdammter Wechsel, lass mich in Ruhe. Aua! Sterbt endlich! Ich habe keine Lust zu sterben. Sicher einbauen ist nämlich bei diesen Viechern hier nicht. Äh, ich sollte vielleicht erstmal das Zeug hier... Oh, ich habe noch einen Tollemoth-Anleihen bekommen. Nice. Äh, ich sollte es jetzt vielleicht mal in die Aufwand nehmen. So, äh... Weiß ich nicht, wo ich war. Toll. Hier war ich auf jeden Fall. Hallo Zombies. Hallo Skilett. Hier weiß ich, dass ich war, weil ich hier Fackeln hingestellt habe. Ich will auch mal was essen. Trudrauf-Anleihen. Trudrauf-Anleihen. Slabs. Äh... Fish. Brauche ich. Hier ist eine Truhe drin. Noch... Nerven Flash, kann ich gebrauchen, Iron, Gunpowder, Redstone, das Zeug, brauche ich jetzt, oh ne Diamant, ja brauche ich eigentlich nicht, den Lohnsang brauche ich nicht, aber die Truhe habe ich, mählich haben. So, ich muss jetzt einmal kurz packeln. So, okay, dann würde ich sagen, geht es weiter. Die waren wir ja gerade eben. Hier wollte ich ja eh wieder zurückgekommen. Ich muss mich erstmal voll raggen. Die Rüstung scheint auch ein bisschen was abgekriegt zu haben. Ähm, jo. Hier ist ob aber nix. Ne, hier ist nur ein Fake Bad. Runter gehen wir jetzt nicht. Von hier schließt nicht alles raiden. Und ich darf die Vater nicht verschwenden. Hallo Skelett. Möchtest du? Danke. Ich lasse das Totem auf Anleihen jetzt mal als primär zweites Item. Also als sekundäres Item. Hier ist nichts wertvolles. Hier auch nicht. So viele Fackeln habe ich nicht mehr. Hier ist auch nichts Privatwichtiges. Boah. Ich würde sagen, dann gehen wir mal weiter. Ich bin bis jetzt nicht einmal gestorben. Hallo Zombie. Möchtest du mir deine XP geben? Danke. Hier war ich gerade. Hallo Creeper. Möchtest du mir vielleicht? Danke. Da war ich. Da war ich. Okay. Bin ich nicht von hier gekommen. Ja. Von hier bin ich gekommen. Aber hier ist noch was. Ja. Äh. 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 Hier sind nur Säulen. Habe ich hier irgendwas, was ich... Äh. Ich brauche das mal kurz. So. Ich bin ja jetzt hier in dem Stockwerk. Hier war ich vorher. Hier. Hm. Wenn ich kein Feuerzeug habe, kann ich auch nichts abfackeln. Äh. Braucht man nicht Feuerstein dafür? Ich hab dich gesehen. Braucht man auch Feuerstein dafür. Wenn ich mich nicht irre. Wenn ich mich nicht irre. Oh nein. Du explodierst hier nicht. Creepy. Boah. Hat der mich erschreckt. Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Wechsel. Verschwindet. Ich hab keinen Bogen mitgenommen. Ich will nicht sterben. Oh. Oh. Noch drei davon. Hey ihr verdammten Plagegeist. Schieß. Einer ist noch übrig. Ich hab hier sogar noch ein Totem von da hinbekommen. Oh. Äh. Hier war ich. Hier war ich. Oh. Oh. Da ist sogar noch ein Klavi. so. Hier wollte ich mich reinbuddeln. Aber hier ist nichts. Dann budddle ich mich halt nicht hier rein. So. Ehh. So. Gut. Danke für die Emirates. Hallo Skelett. Hallo Skelett 2. So. Und Creeper. Äh. Nein. 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 Was? Zum Obst war das. Die Nain Tags nehm ich auf jeden Fall mit. Genau wie das Gunpowder. Spider-Fäden. Nehm mal hier mit was ich mit mir kann. Ähm. Flower brauch ich nicht. Warte. Was hab ich da gerade rausgeschnissen? Hä? Wird es denn? Flowers brauch ich nicht. Die Flower brauch ich aber nicht. Weck. Die würde ich nicht haben. Ich würde die Truhe da haben. So. Hier war ich auch. Flower weg. Äh. So. So. Wie ist jetzt? Die rote Deppchen. Okay. Schaltwerte braucht keiner. Ich muss erstmal Happa Happa machen. Bevor ich weiter kann. Okay. Hi Johnny. Tschüss schon. Tschüss schon. So. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Ich hätte vielleicht mal eine Silke mitnehmen sollen. Ich hätte die Silke mitnehmen sollen. die Silke mitnehmen sollen. Ja. Dann. Hier waren wir hier. Waren wir auch. Äh. Ja. Dann würde ich mal sagen. Es geht weiter nach unten zum Eingang. Welcher sich hier befindet. Äh. Hier verstecken sich ganz gerne noch Möpse. Äh. Mops. Jo. Hier kann ich jetzt aber nicht ausleuchten. Ich hab nämlich nur noch 5 Fackeln. Das heißt im Klartext. Ich muss mir merken, wo ich überall schon war. Das heißt auch, dass ihr äh ein bisschen äh ein bisschen äh ein bisschen aufpassen müsst. So. Hier haben wir nochmal ein Name Tag. Gumpo. Das. Äh. Das ist das. Das. Brauche ich nicht. Das brauche ich. Brauche ich nicht. Ähm. Ja. Mein Invental ist mal wieder voll und äh ich brauche die Truhe. So. Wie gesagt. So muss ich jene nicht äh craften. So. Und hier ist es gerade dunkel. Hier ist aber auch der perfekte Zeitpunkt um mal zu raggen. Dicht zu werden. So rum. So rum. Äh. Ja. Ja. Die Mainhand. Sieht was. Äh. Schaut es zu sein. Aber hier. Zack. So mehr ist hier nicht. Äh. Doch ein Creeper. Ja. Hier waren wir ja gerade eben. Dann. Gehen wir jetzt hier die andere Richtung. Hier scheint auch nur Bullets zu sein. Ja. Hallo. Zombie. Hier. Hier ist auch nichts. Hier wird wahrscheinlich eh wieder gleich ein Creeper spawnen. Hier ist noch ein Johnny. Hi Johnny. Oh hier ist ein Braked Amboss. Brake ich nicht. Ähm. Apropos. Brauche ich nicht. Ich schmeiß mal die Seeds hier raus. Weil die brauche ich eh nicht. Könntet ihr mich vielleicht bitte in Ruhe lassen. Ich weiß nicht. Ich möchte nicht in Lava sterben. Gut. Dass ich ne Negar Rüstung habe. Sonst würden mir die Zombies hier auf den Zeiger gehen. Ach du heilige. Wie viele Zombies spawnen denn hier bitte? Äh. Das brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Der Biche brauche ich nicht. Ähm. Schallplatten brauche ich nicht. Jo. Aber den Amboss möchte ich gerne mitnehmen. Weil so muss ich meinen aktuell noch nicht richtig nutzen. So. Dann müsste es hier lang gehen. Ähm. Hier irgendwas. Ja. Hier ist ne Chest mit dem Zeug. Warten Flash. Das brauche ich nicht. Den OP dafür brauche ich. Warten Flash brauche ich. Warten Flash brauche ich. Jo. Die Seeds brauche ich eigentlich nicht. Und die Kettenrüstung eigentlich auch nicht. So. Äh. Deshalb lasse ich beides hier liegen. So. Schauen wir mal. Ist hier oben irgendwas? Hm. So ein Banner. So ein Grey Banner. Ja. Nehmen wir das vielleicht mal mit. Ähm. Ja. Hier noch irgendwas. Hier ist Wasser. Und ein Skelelet. High Creek. Wolltest du mich jetzt stören creepy? Heizom. Wie. Wie. Hier. Wie. Äh. Da war ich gerade. Da komm ich. Hier war ich glaube ich noch nicht. Und da ist ein Johnny. ein. Da ist ja noch einer. Da ist ja noch einer. Oder gerade eine. Ja. Der hat eine Broken Axt gedroppt. Wie. 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 gesprengt hat. Wie. Ich jetzt hier hin. Hier irgendwas. Hier scheint. Nur ein Grab zu sein. Okay. Äh. Hier könnte potenziell. was sein. Das heißt. Die könnte hier. Ist etwas. Zwar Möpse. Äh. Bobs. Kessel. Okay. Und so sieht mich jetzt aber nicht wirklich. Ähm. Hier könnte noch was. Potenzial. sein. Ist aber auch nichts. Schere habe ich nicht dabei. Ich kann mich hier ja reinbuddeln. Ich meine hier gäbe es ab und zu auch mal was drin. Sieht aber gerade nicht danach aus. Nee. Egal. Äh. Hier geht's. Hier geht's. Okay. Waren wir hier nicht schon. Oh du creepy. Und hallo. Truhe mit Mentech. Die kleine brauche ich nicht. Das brauche ich. 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 Das. 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 Wobei. Banner brauche ich nicht. Bogen brauche ich nicht. Äh. Ja. Ich meine was soll ich mit dem Damaged Bogen anstellen. So. Dann gehe ich mal kurz mit Regen. Hier habe ich hier den dunklen dunklen Gang. Äh. Entlanglatsche. So. Falsche Richtung. Hier geht's lang. So. So. Nur Zombie. Hm. Wunderleere Truhe. Ja gut. Die Zombies klatsche ich jetzt. So. Und dann nehme ich mal fix die Truhe noch mit. Lass mich ärgern. So. Hier. So. Wunderleere Truhe. Das geht hier lang. Oder auch nicht. Weil. Ja ich glaube. Wir sind durch. So. So. Geht das hier lang. Oder auch nicht. Jo, wir sind durch. Wir haben das Ding geradet. Jetzt hol ich mir noch ein paar Skele Letters. Du hast sogar einen Encharted gefunden. So, ich gehe dann mal wieder das einzige... Warte, war ich hier schon? Ja, war ich schon. So, das Einzige, was wir jetzt noch machen, ist wieder nach oben zu... Hallo. Laufen. Eindeutig abgeschlossen. Danke, dass ihr mir euer Rottenfleisch gebt. So, ich latsche jetzt definitiv wieder nach oben. Wo bin ich denn bitte gekommen? Ähm. Wo bin ich denn bitte gekommen? Ah, von hier. Jo. So. Ich würde sagen, wir haben erfolgreich einen Mention. Nicht abgefackelt, aber wir haben es geradet. So. Ähm. Ich werde jetzt, allerdings Offcam, noch was tun. Und zwar werde ich jetzt Offcam noch ein Portal nach Hause verlinken. Ähm. Ja, doch. Wenn es denn möglich ist, werde ich das machen. Ähm. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge auch wieder zu Hause. Ich sage bis zum nächsten Video. Und... Ciao, Leute!